So, ein bisschen traurig, ein bisschen lustig und kuchen. Am Sofa zu Hause oder im Flieger, weil ich nicht gern fliege und da längst ab. Wie ich ganz klein war, wollte ich Archäologin werden. Ja, ich geh gleich nach Friedrich. Der Zentralpäduch ist wunderschön, ist riesig, ist ein Naherholungsgebiet. Da kann man immer schön spazieren gehen. Vor allem im Frühling und auch im Herbst finde ich sehr schön. Mein Lieblingskuchen ist Trüffeltorte. Musik 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 Ich hoffe, dass wir uns kennenlernen und dass euch Spaß macht, die Lesung und auch das Buch selber. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!